Hinweis. Dieses Spiel ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Ach nee. So, dann hoffe ich mal, das wird eine gute Runde. Immerhin habe ich Partyluftschlag reingeschmissen. Uh, nice. Ja, so bin ich. Wie eine Mutter ohne Brust. Und dann die Hardcore-Face-Gamper. Ja, ey, dann raste ich aus hier. Kenn ich nischt. So, wie du willst. So, ah, Flora, schau, komm, wir gehen mal hier hinten irgendwie einen Generator suchen. Habt ihr gerade einen kleinen Leck? Ja, ja, ich auch. Ich spring hier auch so ein bisschen hin und her. Alter, ich habe das so lange nicht gespielt. Oh, da kommt was auf uns zu. Geist. Geist, die Geist. Der Geist, der Geist, der Weiß. Da, 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 da. Der Geist. Ist er hinter dir? Ja, ja. Ich schraube hier fröhlich am Jen weiter. Oh, ich dachte, er hat mich verloren. Verdammte Angst. Hat er aber nicht. So, ich weiß nicht, ob er immer noch hinter mir her ist. Kann sein, dass er zu dir kommt. Ne, ich habe immer noch Herzschlag. Siehst du, das ist wieder, was ich meine, weißt du? Ich habe Partyluftschlangen bei. Und er denkt sich, hello. So, weißt du? Komm, ich muss jetzt. Immer ich. Ich hasse das. Äh, er ist bei der Hälfte. Und kein Ruin ist drin, auf jeden Fall. Oh. Der geht mir gerade voll auf den Sack hier. Hä, wo ist er hin? Aber das machst du super, Ina. Okay, wirkt ihn anscheinend nicht mehr. Ich glaube, er kommt. Du kannst... Du kannst ja sonst zurückkommen. Nee, er rennt hier noch irgendwo rum. Aber ich weiß nicht, wo. Ja, Jen ist gleich fertig. Okay, er ist jetzt weg. Tatsächlich. Oh, wow. Hä, wie ist das denn passiert? Wie liegt die Person jetzt plötzlich? Äh, die wurde angehittet. Ach, echt? Habe ich gar nicht. Ja, als du meintest, ähm... Hat er mich verloren. Ja, habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Da wurde sie angehittet. Krass. Habe ich gar nicht mitbekommen. Nein, 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 nein. Nicht der... Nicht der geile Keller. Ja, doch. Den ganzen Spielsachen drinnen. Wow, das war mutig. Wieso, was ist denn passiert? Der Jen direkt neben der Hütte, das war mutig. Ja, aber warum? Weil der direkt neben der Hütte war ein Killer. Ja, ja, er rennt hier auch schon wieder rum. Weinst du, ist er bei dir? Hm, weiß ich nicht. Ich habe ihn gerade nur zum Generator laufen sehen. Aber wo er jetzt ist, habe ich keine Ahnung. Ich gehe einfach mal... Ich komme mal mit. Nur risk, nur fun. Ich komme mal mit. Nur risk, nur fun, ne? Ah, er ist hinter mir. Lauf mal von der Hütte. Ja, ja, ich bin schon dabei. Hier ist keine Ballette. Er hat mich gleich. So ein Ärger. So ein Ärger. Ärger. Ja, wenn du rauskommst. Er kommt zurück, er kommt zurück. Er hat sich leider nicht so gut ablenken lassen. Verdammt, tust. Oh, mir kitzelt die Nase. Ihr Nungs. Das war gerade wie so eine Feder, die da dran kitzelt. Bin ich nicht so nah beim Keller. Oh, meine Haare sind immer aus meinem Mund. Danke. Kommen wir, ich vom Jen weg, gehst du ran. Ja, wirklich. Oh, jetzt klebt der mir wieder am Arsch, Alter. Das gibt es doch gar nicht. Ich habe so die Schnauze voll. Ich renne in die komplett andere Richtung. Ich hoffe, er sieht das als Einladung. Ich laufe mal hinter euch, damit ich sie holen kann. Oh Gott. Oh, fuck. Fuck, es war so knapp. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Kannst du komm, ich hochheil? Ich habe Unbeugsam drin. Ah, der Clodetti ist hier mit dem Killer. Ja, komm trotzdem her. Komm einfach links rüber. Brauchst mich nur anstubsen. Fuck, er ist hier, er ist hier. Nein, nein, nein. Ich war fast fertig. Böser Killer. Flora hat genau meine Einstellung. Du wirst nur fun. Und Ina, du kannst den Killer ja mit deinen Luftschlangen abwerfen. Macht bestimmt Eindruck. Ja, bestimmt. Oh, es war so knapp. Es war so knapp. So ein Ergär. Ist er wieder bei dir hingelatscht? Ach, hier rennt er rum. Okay, die andere, die andere holt mich. Ah, Hilfe, Hilfe. Oh, wow. Sie hat, sie hat, sie hat, sie hat Dingens. Oh, wie gut. Alter, der... Alter, was für ein Tunnel. Was ist Tunneln eigentlich? Ich kapiere das immer nicht. Äh, immer wieder auf die gleiche Person zu gehen, nachdem die Person abgeharrt worden ist zum Beispiel. Beachtung, ich bin hinter dir. Ich steck deinen Popo. Äh, ich fall gleich um. Flora! Alter, Flora! Ich krieg die Krise, Flora. Was war das denn, bitte? Wollte gerade sagen, beschäftige ihn wenigstens, dass ich mich hier hochheilen kann. Ja, wow. Danke, danke, danke. Alter, blockiert die Frau mich erstmal. Das gibt's ja nicht. Äh, Flora, ey. Ich hab dich auch ganz doll lieb. Was war das denn? Er kommt zu dir. Aha, da bin ich jetzt. Elchi, bitch. So, die, die, die... Claudette macht erstmal einen Totem, Jens in Ruhe. Ja, komm. Totem, Totem, Totem. Claudette, komm mal bitte. Ich will nicht sagen, geschieht dir recht, aber geschieht dir recht. Nein, tut mir leid. So, Freunde, in der Nacht werde mir jetzt noch die letzte Folge von den Mellies anschauen. Hab noch... Hab noch viel Spaß. Alter, was macht die denn hier? Alter, was stimmt da mit der Claudette hier nicht? Ich krieg die Krise. Äh, danke auf jeden Fall fürs Reinschauen, Marlene. Das war ganz, ganz lieb und viel Spaß dabei. Und, äh, ja. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, ne? Danke, Sister... Sister... Max, Sister... Alter, der klebt mir schon wieder am Arsch. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab so die Schnauze voll. Hallo, Claudette. Vor allem, ich weiß nicht, wo ich noch hinrennen soll, so, ne? Ich kann mich nirgendwo mehr verstecken. Der hat mich gleich. Vor allem, die macht da einen Generator und alles, weißt du? Und... Alter, ich versuch, ihn zu blocken, aber das, äh... Das juckt ihn nicht. Er will mich einfach nur safe downen. Alter, ich bin die Person mit dem Party-Luftschlangen, du, du böser Typ, du. Und keiner von euch hat ne Taschenlampe, ne? Ne. Hier ist direkt der Haken. Kannst voll abhaken. Ja, komm. Bringt irgendwie nichts. Ich wiggle wie verrückt, aber es, 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 es funktioniert leider nicht. Ich, ich, ich sag ja, es bringt leider nichts. Alter, ich hab einfach nichts gemacht, weil der mir die ganze Zeit hinterher gerannt ist, ey. Sowas Nerviges. Aber ist ein richtig guter Killer, so, ne? Muss man ja mal sagen. Der macht da, der macht seinen Job gut. Nicht. Also, wenn ihr den Jeng gleich fertig kriegen, das wäre echt nice. Ah, ey, nee. Danke. Nicht fummeln, dann nicht. Wenn du nicht fummeln willst, dann nicht. Oh wow, er kommt, er kommt, er kommt. Krass. Mach du den Jeng, Flora. Aber ich will kein One-Hit gerade sein, das ist die Sache. Ne, er ist ganz weit weg beschäftigt, so. Äh, er hängt jetzt die andere an. Falk, da ist der andere da liegen. Safe, so. Warum, warum solltest du dich heilen, wenn er fast fertig ist? Ich hab jetzt Angst vor der Nötklatsche. Ja, gut. Ne, alles gut. So, sieh, sieh gut aus, Flora. Haha. Oh nein. So. Jetzt schnell irgendwie hintenrum und Ausgang auf. Sie schafft es ja, sich selbst zu heilen hier. Äh. Xer-Tipp, danke für dein Foto. Ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Wenn ich, äh, korrigier mich gerne im Shit. So, Flora. Das Gute ist, dass es im Keller und vielleicht schaffe ich's. Ja, ist relativ weit weg. Vor allem, oh nein, er kommt. Er kommt, Flora, er kommt. Er hat sich nur nicht intern, er hat sich nicht intern, er hat sich nicht intern. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Oh, es leckt. Oh, Luke. Was war das? Hast du's auch gesehen? Ja, na klar. Alter, das war ja eine Mega-Lag. Äh, Mund zu, die Milchwitz aber. Alter, ich war im Ausgang und dann... Alles klar. Da stand ich auf einmal, ja, was war das? Musst dich, glaube ich, nicht wissen. Oh mein Gott. Was ist, dass du direkt zur Luke gejumpt bist? Ja, ich bin voll der Hacker, ne? Heftig, ey. Es hätte ja richtig schief gehen können durch so ein Leck, ey. Alter, so wenig Punkte, ist das traurig. Pip verloren. Alter, ich krieg hier schon wieder die Krise mit diesen Killern, ey. Warum sind... Es gibt nur noch schlechte Killer, hab ich das Gefühl. Ich krieg einfach keine guten Killer. Vielleicht 20% höchstens sind gute Killer. Alle anderen sind nur noch solche Flachzange, Alter. So, das regt mich so auf. Warum können die nicht einfach mal vernünftig spielen, so? Ha, das nervt mich so ab. Entschuldigung. Boah, ich hab jetzt mega Bock auf ein Stück Sahnerolle. Oh ja, ich auch. Ich hab heute tatsächlich ein Stück gegessen. Ha, ha. Und ich hab noch eins, das morgen auf mich wartet. Lecker. Ja. Ich bin zu dritt, gar, und ich bin Opfer. Hä, das ist ja schon wieder die Map. Und ich bin Opfer. Äh, ich... Ich seh Killer. Wo ist Killer? Ich hab grad... Ich hab mich gerade vom Baum zum Stein geportet, so ein bisschen. Das ist ja schon mal sehr vielversprechend hier. Da so leicht von der Statur wie Ledergesicht aus. Oh nein. Auf den hab ich ja hier bei der Map gar keinen Bock. Weil hier sind so wenig Paletten, hab ich immer das Gefühl. Meine Mutter macht morgen Erdbeer-Tiramisu. Ich freu mich schon. Oh, auch lecker. So, ich hab einen Generator zur Hälfte. Ich habe Hoffnung, dass ich ihn noch zu Ende bringen kann. Soll ich mich jetzt gerade nur so irgendwie durch? Hast du noch? Oh, es ist Michael. Okay, lass den Michael. Oh mein Gott, der K***er mit dem Knackarsch. Ich bin an deinem Gen. Leck, leck, leck. Oh, Alter, bei mir hat es doch auch grad mega geleckt. Ich hab nicht mal eine Killerbetäubung bekommen, deswegen. Ist ja krass. Leck des Todes. Aber manchmal können sich, können einen die Lecks an auch das Leben retten. Ja, schon, aber jetzt gerade hatte ich nicht so den Eindruck. Alter, klebt der mir jetzt schon wieder am Arsch? Ernsthaft? Sein Ernst? Alter, äh. Alter, äh. Aber dann, da so ich eine Samenrolle? Da so ich eine Samenrolle? Müsste auch weit mal einen machen. Alter, das leckt. Oh, ist das ätzend. Mein Gott. Leck des Todes. Ich kann mich nicht mal einfach so zwischendurch heilen. Der braucht drei Jahre, er hier mal heilt. Ja, ich glaub schon. Ich hab zwar gerade keinen Herzschlag, aber ich hab ihn gerade auch betäuben können. Alter, ich... Mein, der gute Misha kann ja auch, äh, Warhacker haben oder so. Ich kann mich einfach nicht zwischendurch heilen, so, ne? Das geht einfach nicht. Ja, wo ist der denn? Ich hatte, glaub ich, gerade ganz kurz Herzschlag. Oh, ist das ätzend, ey. Äh. Du kannst dich einfach nicht zwischendurch heilen, das geht nicht. Du wirst einfach komplett am Arsch, was das betrifft. Hä, wo ist er denn jetzt hin? Weiß er, glaub ich, selber nicht so genau. Verkackt. Wenn er ruft, der Krankenschwester hat sich er mich jetzt. Oder er kommt zu mir, weil ich gerade den Jen verkackt hab. Ja, nee, die hat morgen kein Leben mehr. Aber Schokokuchen ist einfach mega. Nichts geht über Schokokuchen, finde ich. Ja, aber ich hab immer so Probleme mit zu viel Schoko. Das ist mir dann immer irgendwie zu viel im Mund. Ist immer so, bäh, bäh. Ich hab den, äh, den Stalker Knackpopo am Arsch. Oh, der Dwight kommt gerade zu mir. Sehr gut. äußerst praktisch. Äh, Stalker, Knackpopo, wo bist du? Stalker, wo bist du? Aber bis jetzt läuft's doch gar nicht so verkehrt, ne? Hätte es schlimmer laufen können. Also mein Jen ist, glaub ich, bei der Hälfte. Ich hatte ja irgendwo auch noch einen bei der Hälfte rumstehen und wir haben den einen hier gleich fertig. Stalker, 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 Stalker. Wo, wo, wo? Stalker will sich an mir aufgeiern. Ah, ah. Aber er braucht ganz schön lange. Kann sein, dass er, äh, einen Grafstein oder irgendwas bei hat. Wow. Michael Pupsi, lass mich in Ruhe. Ich mag dich nicht. Au ab. Au ab. Ich bin nicht so. Hallo, hab gerade die Truck mit Kampion spielten. Ich kann mal nicht so. Hab ich gesehen, Flo? Hab ich gesehen. Ich kann mal nicht so. Mega ein Spiel, oder? Ich, ich, ich spiel so mega. Hat er weit durchwühlt hier erstmal eine Kiste. Der Junge, lass mich in Ruhe. Michael ist ein bisschen unheimlich. Ja, aber solange wie er braucht, nehm ich echt mal fast an, dass er, äh, ein Grabsteinstück hat. Alter, Keule. Wir haben da einen Generator, der passt, fertig ist. Das wäre mein Lifesaver. Wir sind zu zweit hier gerade einfach schneller. Alter, Keule, nee. Mach mal weiter hier. Oh, war das leck. Leute, ich brauche gerade Ad... Können Sie weiter Säurechen? Äh, nicht weit. Wirklich nicht weit. Hallo. Wer hat Polterallergie? Ich. Ach so, der ist hier hinten schon gemacht. Shit. Ähm. da in der Nähe, wo, ähm... Oh, nein. Ja, ciao. Ja, das war ja klar. Also mein Sinn war halt, dass ich fertig bin. Fertig. Nee, der... Er hat gegengetreten. Der ist jetzt schon fast wieder kaputt. Voll der Mist. Ja, ich verstecke mich dann mal so lange. Bis, äh, später, ne? Alter, Dwight, die Maus. Lade ich mal lieber ein bisschen auf hier, statt zu mir zu krabbeln. Äh, ist immer noch gefährdet, ey. Äh. Lauf, Dwight, die Boy. Er läuft, du... Nein, er läuft dir hinterher, glaube ich. Naja, ich, ich bin ja auch verlockender. Er sucht dich. Ich bin ja auch verlockender. Alter, kann gefährdet jetzt mal weggehen. Ich finde das gerade nicht so cool. Ach, Gott sei Dank. Ich hole dich. Lauf, Flora Maus, lauf. Ich hab Kille aus den Augen verloren. Hinter dir. Hörst. Bestimmt, weil... Wah-Block. Bestimmt, weil ich so ein sexy Opfer bin, deswegen. Bestimmt. Du bist ein sexy Opfer. So, wo ist denn der Dwight? Weißt du das? Äh, zufällig? Ne, ich werde gerade verfolgt. Von Kili. Von Kili. Der Kili-Mansharo. Kili-Willi. Kili-Willi. Ach, der arme Jen hier, ey. Ich will jetzt gerade hinten bei deinem Jen. Ja, ich renne gerade einfach mal so ein bisschen rum. Ich weiß nicht. Er ist, er ist, er ist, er... Du bist, glaube ich, losgeworden. Ja, ich helfe dir mal eben weiter, weil ich hab, ich hab ja Adrenalin aufgeladen. Ich glaube, er rennt gerade zum linken Generator rüber. So, er hängt wieder beim Generator bei Dwight rum, rechts. Ich hoffe, er sucht ihn da noch und kommt nicht gleich hierher. Also, ein Ausgang ist halt direkt hier. Das wäre halt echt schon... Ja, er... Wollte mal hinlatschen gleich mit meinem Aufwachen. Ich glaube, äh... Ich geh mal... Wow. Er kommt, er kommt. Ich geh mal zum anderen Ausgang. Ich renn mal ein bisschen. Ina, wo wohnst du? Ich wohne tatsächlich in Berlin. Äh, ich wohne im Saarland. Ja, auch klein und süß. Bitte keine Nötklatsche, 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 bitte keine Nötklatsche. Den anderen Ausgang macht der Dwight hier gerade auf. Ausgang bei Dwight fast offen. Bitte keine Nötklatsche, bitte keine Nötklatsche. Ausgang bei Dwight immer noch fast offen. Ich komme. Er ist weit hinter dir. Alles gut. Er ist wirklich weit hinter dir. Leute, 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 Leute Ich hab Schiss Ja, ich geh jetzt auch erstmal nicht raus Bis er nicht mehr aufgeladen ist Weil ich bin jetzt weggerannt von der Ecke da Das ist mir gerade zu heikel Also es ist wirklich was Michael Stufe 3 zu überleben, es ist was Oh, ich hab Angst Oh, Ina, jetzt kommst du Ja, ich weiß nicht, wo er ist, leider Ich trau mich grad nicht Ah, okay, ich seh ihn, Gott sei Dank Du hattest auch, äh, du hattest beim Anderen Was, äh, sehr riskant wird Äh, ist er offen, der andere Ausgang? Nein Okay, dann warte ich noch, nicht, dass er gleich liegt Spannend Äh, bei der Hälfte Mutig, mutig Äh, Killer kommt, aber er schafft es Äh, du hattest du Ja, siehst du Sehr gut Dann geh ich mal auf Uh, haben wir es echt geschafft zu dritt, ey Nice Richtig gut So, 5.000, überlebt Juhu Freude Ina, die Punkte, nicht schlecht Echt, sind die gut? Bis 20.000 Echt? Wow, schick Wir sammeln gut Das Glück hat was gebracht Ja, wir haben es zwar nicht einmal benutzt, aber Hey, wir hätten es tun können Ach, ne Mensch, fast 200.000 Blutpunkte Es läuft langsam Wir gehen in die richtige Richtung Äh, was schmeiß ich denn jetzt hier noch rein? Ich mach mir mal selbst los hier mit Oh, wow, ich tritt grad in der Lobby bei Ich bin ja richtig schlau Ich komm dann gleich Moment La, la, la Sorry, Leute Ich muss euch leider verlassen Ich hab da jemanden vergessen Ich einfach nur schnell so Trittlobby bei Ich bin echt stimmitt Ich bin echt fest Ich bin echt想 Ich bin echt